Kürzlich hat der Gesetzgeber die Betriebskostenabrechnung für die Vermieter von Wohnungseigentum vereinfacht. Was sich dahinter verbirgt, darum geht es in diesem Video. Ich bin Achim, ich bin Rechtsanwalt. Wer eine Eigentumswohnung vermietet, der hat ein Problem. Einmal im Jahr bekommt er von seiner Hausverwaltung die Abrechnung über die Betriebskosten. Ihre Beträge richten sich regelmäßig nach den Mieteigentumsanteilen. Dem Mieter gegenüber muss der Wohnungseigentümer dann aber oft nach einem anderen Schlüssel die Betriebskosten abrechnen. So kommt es zu Differenzen, die aus den unterschiedlichen Grundlagen für die Abrechnung resultieren. Daneben hat der Vermieter einiges mehr an Aufwand, weil er letztendlich zwei verschiedene Abrechnungen führen muss. Dem hat der Gesetzgeber jetzt aber ein Ende bereitet. Seit dem 1. Dezember 2020 können die Wohnungseigentümer grundsätzlich die Abrechnung ihrer Hausverwaltung heranziehen. Sie müssen also nicht mehr zwischen verschiedenen Schlüsseln hin- und herrechnen. Stattdessen können sie die Betriebskosten aus der Abrechnung des Verwalters 1 zu 1 auf ihre Mieter umlegen. Natürlich geht das nicht ohne Ausnahmen. Wurde im Mietvertrag ein konkreter Abrechnungsschlüssel für die Betriebskosten vereinbart, bleibt es dabei. Der Vermieter kann jetzt nicht plötzlich nach den Zahlen der Hausverwaltung abrechnen. Die neue Regelung gilt also nur dann, wenn bisher nichts Konkretes zur Betriebskostenabrechnung im Mietvertrag vereinbart wurde. Die zweite Ausnahme liegt vor, wenn der Abrechnungsmaßstab in der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer einem billigen Ermessen widerspricht, wenn er also erheblich von den Grundsätzen abweicht. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn die Verteilung der Warmwasserkosten nach der Wohnfläche stattfindet bei einer Wohnung mit 100 Quadratmetern, in der eine Person lebt. Trotz dieser Ausnahmen bietet diese Regelung eine erhebliche Vereinfachung für die Vermieter von Wohnungseigentum. Sie können sich einiges an Aufwand sparen und im besten Fall die Betriebskostenabrechnung des Hausverwalters einfach übernehmen.